Wir setzen neu an in der Naturschutzberatung unserer Landwirte, unserer Höfe in Bayern. Und diese Partnerschaftlichkeit, die ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Die Partnerschaftlichkeit in Form von Miteinander, Naturschutzbehörde, Landschaftspflegeverband, Landwirt gemeinsam. Diese, sage ich mal, auch Kooperation, das ist bewusst Kooperation auch, die man dort erlebt. Es ist eine ganz praxisnahe Naturschutzberatung, die wir umsetzen wollen, um letztendlich die Biodiversität auf den Feldern nochmal neu zu stärken, aber auch sehr praxisnah mit dem Landwirt die Möglichkeiten abzusprechen. Und diese Gemeinsamkeit zeigt, dass es sehr erfolgreich sein wird. Unser Ziel ist es, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wir wollen die Fläche für den Vertragsnaturschutz in Bayern verdoppeln von 90 auf 180.000 Hektar. Wir haben im Haushalt einen großen Bestandteil dazu schon eingestellt. Und ich bin mir sicher, dass mit dieser Beratung vor Ort wir auch dem Ziel deutlich näher kommen.